Hallihallo, ich wünsche euch erstmal einen schönen guten Tag. Wir sind wieder bei Mount & Blade Warband und versuchen den Wegeher diese eine kleine Burg abzuknöpfen. Aktuell sind 80 Verteidiger drin, es werden wahrscheinlich noch ein paar mehr werden, also ich rechne mit 100 Verteidigern. Mehr werden nicht übrig bleiben oder auch nicht nachrekrutiert werden. Und die 100 Verteidiger wollen wir jetzt aus dieser Burg prügeln. Ich habe auch eine ganze Horde an Verstärkung dabei, das heißt, das sollte funktionieren. Probieren wir doch mal unser Glück. Ja, wir wollen zur Burg. Wir würden gerne die Burg belagern. Den Befehlshaber mitteilen. Äh, ja, okay. Die Lage ist hoffnungslos, er gibt dich. Er will nicht. Gut, errichten wir erstmal den Turm, er soll noch ein paar Tage zum Nachdenken haben. Hm. Das sind wieder ganz, ganz viele Fürsten am Wechseln. Von A nach B nach C. Swadin und Roddok haben wieder Frieden geschlossen. Swadin hat ja eigentlich keine Gegner mehr im Moment. Nicht, dass sie sich momentan langweilen und sagen, oh, dann greifen wir Friedensland an. Das ist ein bisschen unvorteilhaft. Ah, Verstärkung ist eingetroffen. Sehr schön. Ja, wir haben ein wenig versäumt, uns gegen Roddok zur Wehr zu setzen, da ein Dorf unbedingt zu uns wollte. Aber wir haben es dann doch nicht befreit. Deshalb haben wir ein wenig Ansehen verloren. Da sieht man dann auch das Resultat davon. Ja, meinetwegen. Das wird sich beim nächsten Mal wieder ändern. Äh, ja. Führen wir die Soldaten nochmal den Angriff. Proben schützen. Zu mir. Und zwar genau hierher. Könnt ihr das mal sein lassen? Ich habe euch noch gar nichts getan. Ich hatte noch gar keine Gelegenheit dafür. So, jetzt. Jetzt dürfte er auf mich schießen. Jetzt habe ich was getan. Für die Feinde. Wirklich. Immer auf mich. Wenn sie wenigstens auf meine Soldaten schießen würden, hätte ich nichts dagegen. Die werden dafür bezahlt. Aber wer bezahlt mich dafür? Pfeile ständig einzeln. Du Honk. Dann rennt mir einfach voll in den Schuss. Und der Feind läuft da vorweg. Also es ist irgendwie eine ungerechte Welt. Ach, Mensch. Ah, sehr schön. Wieder einer weniger. Alter. Ist ja nett, dass du dich vor mich stellst. Aber ich kann dich direkt vor mir nicht gebrauchen. Ich muss sehen, wen ich erschieße. Vor allem, ich muss sehen, damit ich nicht euch erschieße. Und wenn du mir nochmal auf die Pelle rückst, dann schieße ich dich. Das ist doch echt schlimm. Man kriegt einfach kein gutes Personal mehr. Ja! Da ist noch einer. Der des Lebens überdrüssig ist. Nee, also doch nicht. Klinkt wie ein Wiesel. gut sie gehen in der kampf irgendwie treffe ich nichts mehr hat auch schon der letzten folge nicht mehr richtig geklappt oder wie war das nicht stimmt in der letzten folge habe ich doch einiges getroffen wo ich gedacht hat der bau pferde bin ich besser geworden irgendwie läuft es nicht mehr wieder einer weniger sehr schick trau dich raus er hat sein bitteres ende verdient super bogen schützen armbuss schützen rennen jetzt auch die mauer wird es mir egal also männer wenn ihr von den brückenkopf geschlagen habt ihr müsst euch noch ein bisschen in die breite ausdehnen gegebenenfalls den feind umzingeln und werdet ihr hier niedergemetzelt das passiert doch gerade und verschlag übungen wir sind bereit für den kampf so freunde lasst mich mal durch jetzt habe ich das problem ich kann und feindlich die damit sind weg 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 freunde ach man Kinder das habe ich euch gesagt einfach mal nach außen ausweichen und schon läuft's ihr könnt dann Kinder geht doch mal aus meiner schlagrichtung so ganz einfach umzingeln zerhacken hier wird nochmal die taktik schule geschickt das kann ja nicht normal sein jungs entweder die treppe runter oder eben über die brüstung laufen über den wehrgang brüstung ist das andere na also das war doch nicht so schwer zu gewinnen wir sind gestorben 200 und alle sind entkommen habt ihr gemacht wahrscheinlich habt ihr sie freigelassen und das geld an mir vorbeigeschummelt meinen kerl ich würde auch ein bisschen was verdienen bei der ganzen geschichte so den scharfschützen kann man mitholen den veteranen ähm ortkrieger weiß nicht waffenknecht auf jeden fall der rekrut bleibt hier armbrustschütze auf jeden fall infanterist können wir mitholen bogenschütze nehme ich jetzt auch mal mit bussoldat veteran natürlich finanzenreiter nord veteran die rodderk leute hole ich auch noch mit und aus dem ganzen rest die drei besten ja den scharmützler vielleicht noch den wahrenwachenmann bleibt noch der miliz sehr schön dann kann ich noch mal ordentlich viele leute ausbilden oder könnte ich zumindest aber in diese verlegenheit geraten wie erst und das ist gut da ist es gut das ist wert wer hatte noch kein leben was denn schon drei dörfer der bild hier und ihn hat doch nichts da kriegt er das ganze sehr schön ich hoffe er kümmert sich dann auch ordentlich drum die haben jetzt aufgehört mein dorf zu überfallen weil sie eigentlich was gegen die weg hatten und jetzt zu unserer hauptstadt zurück nach halma mit dem ganzen tross und im süden werden wir dann noch die andere burg vernichten und dann hätten wir die weg von der karte getilgt naja es gibt schlimmeres ja hier sind auch ein paar verteidiger drin das ist gut ich soll es vielleicht auch nicht zu stramm vorreiten sonst kommen die nachher nicht mit mit ganzen bösten immer so fürs protokoll die sind ja nicht gerade die schnellsten das ist die sultan hakim das war der sultan ich habe ja mal die these in den raum gestellt dieser hakim der fürst der immer hin und her wechselt nein das ist vom sultan ausgegangen was da wieder irgendwer hinterher gewechselt hat wurde kommt schneller egal wir reiten jetzt einfach mal schnur geradeaus richtung halma und dann sind wir mal gespannt welcher der gegnerischen fürsten uns als nächstes dann sind wir mal spannenden kein vielleicht mal was noch jetzt wir wir haben hier die hier wir haben Oh, die sind gewachsen. Und hier natürlich noch Elredan. Die haben so richtig sie ausgedehnt. Das bin ich gar nicht gewohnt. So gut, egal. Wir werden jetzt erstmal unser Plan vollenden. Und einen Feind besiegen. Endgültig. Ein Garaus machen und so weiter. Und wenn wir das geschafft haben, werden wir uns den nächsten nehmen. Nämlich jetzt in diesem Fall Wadien. Ja. Ja, ich glaube, der Sultan, der Hakim, verscheucht gerade seine ganzen seine ganzen Wüsten. Diese Wortfindungsprobleme, die gehen mir langsam selbst auf den Nerv. So. Hier haben wir noch ein paar Stiefel, die wir verkaufen können. Handelsware, Wurst, Wohl, Worn, und Brot. Ja, dann wird es wieder knapp. Wir haben nicht mehr allzu viel. Also zu lange sollten unsere Belagerungen demnächst nicht mehr dauern. Könnte Nahrungsmittelprobleme geben. Aber gut. Jetzt ist es nun mal so. Und wieder meines üblichen Strebens werden wir dieses Turnier nicht angehen. Ja, wir werden die Zeit nutzen und uns der Burg widmen. Da ist dieses Pochen in meinem Hinterkopf, wo dann sagt Turnier, 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 Turnier. Ganz schlimm. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wer das irgendwie etwas, was ihr normalerweise immer macht und auch gerne macht und sowas massivs zurückstellen müsst, weil ihr etwas tun wollt, was, ja, im Moment wichtiger ist. Es hämmert und pocht und ich will berücksichtigt werden. Ich bin das Turnier. Mach das Turnier. Boah, es ist anstrengend. Hey, die haben ja gar nichts hier rumlaufen. Könnte ich ja fast schon alleine einnehmen. So, belagern wir die Burg und geben wir den Befehlshaber nochmal die Chance sich zu ergeben. Wer ist es? Es ist der König selbst. Er gibt dich. Ja gut, das hatte ich nicht erwartet, dass der sich ergibt. Leitern vorbereiten, das ist sehr gut, das dauert nicht so lang. Das heißt, wir haben ganz viele Anläufe. So, wer zu spät kommt, darf nicht mitkämpfen. Auf in den Angriff. Hier frage ich auch kein zweites Mal mehr nach. Wir haben es nicht verdient. Oh, das war nicht hoch genug. Ihr könnt zu hoch sein. Ne, der war gut. Bezug hoch, jetzt zu niedrig. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum ich nicht treffe. Nein, der war zu niedrig. So, ich gehe mal näher ran. Ich werde es auch nicht großartig taktieren, weil, ähm, ich glaube ich 800 Mann ungefähr dabei. Wow, da oben ist ja noch was. Das ist ja mal schick. Hallo? Ha! Ah, nicht ganz. Ja, der wäre besser. Schieß ich zu hoch? Sehe es leider nicht gegen die Wolken. Ah, das war's. So, dann gucken wir mal, wen wir da noch wegpflücken können. Ja, irgendwie keinen. Die stehen jetzt alle auf der anderen Seite. Ach, Kind. Bin ich bescheuert manchmal. So. Ah, du. Du schießt mir meine Soldaten. Ja, jetzt nicht mehr. Schön, vorwärts zu hängen. Nicht aufhalten lassen. Ja, komm. Geh, geh. Geh doch den Schritt. Gehen, gehen. Los. Brav. Brav, Soldat. Ja, sehr schön. Ja, da unten sind noch welche. Ah, nee, ist unsere. Ha. Ja, ich hätte fast auf unsere Leute geschossen. Das würde mir nicht zum ersten Mal passieren, wie ihr es mitgekriegt habt, da. Gut, hier ist sicher, da kommt der Feind nicht mehr. Hm, da hinten auf dem Gebäude stehen welche. Ach, komm. Oh, nö. Ja, das war falsch geschossen. Warum mache ich es mir auch immer schwer. Sieg. Ja, das sieht gut aus. Das sieht wie ein Sieg aus. Sehr schön. Und wir haben alle 80, 86 getötet. Ich könnte dich freilassen. Dann nehmen wir noch ein paar Gefangene mit. Am besten so viel wie es geht. Die können dann nochmal ein bisschen unseren Krieg finanzieren. Auch wenn wir das nicht mehr nötig haben. Ja, ich glaube, hier brauche ich noch ein paar von den Fernkämpfern. Sollte ich also ordentlich in die Richtung ausbilden. Kein Lehen. Knudder. Knudder, du kriegst ein Lehen. Was sagst du dazu? Oh, der polarisiert ja ganz schön. Wie auch immer. Ja, wo ich schon die ganze Truppe beisammen habe. Schauen wir doch mal in Dirim vorbei. Ja, Rottok kriegt immer wieder neue Fürsten. Aber wie gemein. Wir haben gerade Peschim angegriffen. Der ist auf der Flucht. Und noch mehr Geld. So gehört sich das. Auf nach Dirim. Königreich Wege ist nicht mehr. Ja, das weiß ich. Dafür habe ich ja selber gesorgt. Gut, dass das auch einen gesehen hat. Unnutz-Duck wird gerade belagert. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist Unnutz-Duck? Da unten. Boah, ja, komm. Den Tausch mache ich. Stadt gegen Burg. Ich glaube, das ist immer lohnenswert, zu sagen, wir nehmen euch eine Stadt weg. Dafür könnt ihr meinetwegen eine Burg haben. Und später nehmen wir euch auch noch die Burg weg. Im Nachhinein. Unsere Truppen sind eigentlich im Moment recht gut ausgebildet. Was ich gerade eben gesehen habe, für... Das Training hat den nur 1000 Erfahrungspunkte um den Dreh gebracht. Das heißt, fast alle sind im Bereich von Elite oder besser. Aber hier gibt es diese Streitigkeiten zwischen Nord und Sultanat. Das ist auch nicht verkehrt. 200 Leute. Eigentlich machbar. Jetzt ist natürlich die Frage, in welche Richtung verjagen wir den Feind. Wir gehen jetzt hier... Genau, wir gehen hier nach Norden, Norden, Norden. Holen uns Kurav. Dann ist der Feind hier hinten aus der Ecke raus. Und wäre nur noch hier in dem Mittelland vertreten. Das ist eigentlich gut. Dann können wir nämlich den Druck auf ihn ausüben. Indem wir ihn erstmal noch die Burg und zum Schluss auch noch die Stadt wegnehmen. Ja, das wird sich eigentlich lohnen. So könnten wir das Ganze machen. Die Frage ist nur, wie viele Anläufe wir brauchen, hier die 200 Soldaten zu besiegen. Und... Ich wäre so gerade gar nicht, wie viele Leute ich noch habe. Wir verlieren ja ständig zu viele. Das würde gar nicht funktionieren. Egal. Gut, schicken wir sie erstmal alle nach Hause. Alle zurück. Sollen sie ihre eigenen Länder verteidigen? Den greifen wir noch an. Da machen alle mit. Ja, 290 hätte ich gehabt. Um den Dreh. Da sind wir mal 300. Gegen 200 von denen. Da wäre theoretisch möglich, wenn unsere Soldaten alle Elite-Status hätten. Aber die meisten unserer Fürsten haben halt keine Elite-Truppen. Sondern irgendwelche noch Auszubildenden. Zum Teil manchmal auch gerade erst Rekruten. Ja, so wie der Feind jetzt. Rekruten, Milizier. Scharmützler. Also. Leute, die noch an dem Anfang ihrer potenziellen Soldaten-Karriere stehen. Und damit macht es dann keinen Spaß, eine Elite-Burg anzugreifen. Und eine Stadt. Wo die Elite-Truppen zuhauf rumstehen. Ja, ein Sieg. So zum Abschluss nochmal. Ein Sieg. Denn ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Die Zeit für die Folge ist schon wieder durch. Freut sich jemand, dass wir geholfen haben. Du wärst ein Gefangener. Die schicken wir weg. Können jetzt noch ein paar Gefangene mitnehmen. Oh, noch mal einen Ritter. Sehr schön. Das war alles. Na gut. Und die Stiefel kann sich ein anderer mitnehmen. Und wir reiten auch erstmal nach Hause. Also, das heißt nicht ganz nach Hause. Wir werden die Belagerung mit abwehren. Und unsere Leute werden sich jetzt wahrscheinlich versprengeln. Und die ganzen Dörfer niedermachen. Und das Wadi nichts mehr zu lachen hat. Gut. Aber das Ganze geht erst weiter in der nächsten Folge. Bis dahin. Gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.